Der Schunt. Er ist dazu da, den Strom, der in die Batterie rein und raus geht zu messen. Damit ist immer klar, wie voll die Batterie genau ist. Außerdem können damit Leistung angezeigt werden, also sprich wie viel euer Kühlschrank, Wasserpumpe oder was auch immer gerade betrieben wird, an Strom aus der Batterie verbraucht. Eigentlich ist der Messschunt die einzige Möglichkeit, einen wirklich akkuraten Füllstand der Batterie darzustellen. Im Gegensatz zur früheren Spannungsmessung auf Batterien, die dann den Füllstand angezeigt haben, ist das um Längen viel genauer und wie gesagt, eigentlich die einzig genaue Variante, die man so für eine Batteriefüllstandsmessung hernehmen kann. Der Schunt selber ist in der Regel ein Teil des Batteriecomputers oder des Anzeigesystems. Der Schunt alleine kann in der Regel erstmal natürlich keinen Füllstand anzeigen. In diesem Fall haben wir einen, der ein Bluetooth-Interface drauf hat. Der kann das auf dem Telefon darstellen, aber es gibt natürlich auch Systeme, die direkt ein Display haben, auf dem der Füllstand, Strom, Spannung und Leistung abgelesen werden kann. Der auf dem Telefon, Strom, Spannung und Leistung abgelesen werden kann. Der Schlauze ist in der Schlauze ist in der Schlauze ist in der Schlauze. Schlauze ist in der Schlauze ist in der Schlauze ist in der Schlauze.